hallo freunde schwarz grüße euch willkommen zu neuen unboxing und zwar habe ich das schon ausgepackt und hab da auch schon ein bisschen was von probiert ja genau probiert und ja dann ein paket von null so leider fehlen schon ein paar und habe mich bei amazon 37 euro gekostet leider ein bisschen teuer für so ein paar süppchen muss ich ganz ehrlich sagen ich habe das letzte mal andere pakete bestellt kann man mal mehr unter unboxing ist einfach mal die playlist durchsuchen dann findet ihr das und das sind alles verschiedene socken also war jetzt bis jetzt nichts doppeltes dabei aber geschmacklich scharf süß sauer so was in diese richtung also total geil man englisch ist eigentlich sehr begrenzt glutenfrei das heißt hier sieht man zum beispiel sich diese kleinen nudel stückchen sondern das so richtig diese langen band nudeln kann man sagen nudeln diese kleinen schöne große packung packung könnt ihr mir denken dass es scharf ist aber jeder kennt diese packung das was ihr kennt sind diese jahr diese mama vegan ist egal da kommt man nicht jetzt außer kann sofort nach hause gehen lecker minisch sieht aus wie roulade roulade im wasser so die gemischte packung diese langen nudeln also nicht diese kleinen spaß damit drei minuten aber hier guckst du guckst wunderbar entenfleisch geschmack steht auch deutsch steht auch noch darauf see food spicy also ich bin gespannt danke fürs zusehen viel spaß beim nächsten unboxing euer virus